3 leipzig mit diesem witzigen Glück Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Battle Block Theater mit Katan Hallo und ja ich wollte eigentlich noch meinen Kopf wechseln, egal Sorry ist egal Bast Spielen wir eben wieder mit den Köpfen aber das wird nichts das wird nichts hab ich mir auch grad gedacht ok komisches Level äh ich sehe doch erst schon, dass es ein seltsames Level ist waaah ja ja achso was du machte schon ja 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 äh äh mit woanders hin woanders kann der nicht hin oh oh hoppla na toll check plus wir haben uns jetzt schon das ok passt ja 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 woanders kann der nicht hin ne und was ist wenn hä nimm ihn mal nochmal runter damit ich da rüber komme danke bitte bitte ah wir müssen den hier glaub ich irgendwie weg bekommen weil dann kommen wir da runter und mal weg so jetzt äh ok äh 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 eigentlich sollten wir da runter und nicht der Stein hoppla oder ne stimmt gar nicht wir können aber auch nicht runter ja jetzt haben wir uns glaube ich vermisst es sei denn warte mal kann ich hier den hier nur hören oh warte mal wenn ich jetzt den hier nehmen und dem da einsperr und jetzt den hier nehmen oh so ist der ist von dem viech runter gewesen ich weiß es nicht aber so müssen wir es glaube ich machen ja wir sollen den glaube ich rüber transportieren dann muss zuerst der hier weg dann muss das Viech erstmal wieder rüber holen so perfekt durch Zufall auf die Lösung gekommen ja wer kommt denn da drauf ne das war natürlich alles geplant Leute natürlich du könntest dich mal auf den ach so geht ja nicht auf beide gleichzeitig weil ja das Ventilatoren sind genau äh ach toll nein nein geh zurück du blödes Mistvieh huaah äh äh wer kann ich da ist ja mies kannst du schon mal rüber springen auf die äh linke Seite wir brauchen dich da so äh wenn er nach links geht nein 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 runter 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 pass mal auf jetzt gehst du drauf damit er nach links kommt und wenn er dann links ist dann gehst du erst runter so und wenn er durch meine Kiste durch ist äh geh ich von meinem Schalter runter und du auf deinen drauf ah ja noch geht es nicht ach so aber wenn er durch die Kiste durch ist geh ich von dem Schalter hier runter und du auf deinen drauf ne okay verstehste so ah verdammt weg 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 zu spät jetzt muss man äh jetzt kannst du wieder drauf jetzt müssen wir ihn wieder gut rüber boxieren und weg und jetzt ich und jetzt du äh zu spät äh zu früh weg ah Mist wieder zu spät weg gegangen äh toll ist doch Mist ey du bist dran ich bin wieder ich dran ich bin wieder ich dran und du so und jetzt ah ah das hat sich da links irgendwas getan ah ah help ah ne alles super Gottes willen das war ja ne Geburt alles super das war ja ne Geburt du du Perfekt achso ich ja alles gut huuuh ah jetzt aber oh obwohl ja du gehst ha 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 ist okay also oah sorry äh äh sorry eigentlich wurde ich schon geröstet aber ist okay ah ich glaube wir sollten erstmal gucken wann oben der Röster ist ey ja ist klar Oh mein Gott! Geh hoch, geh hoch, geh! Bleib drauf, bleib drauf! Danke! Nicht schon wieder. Geh hoch, geh hoch, geh hoch! Nein! Jetzt ist es mein Turn. Jetzt ist es mein Überleber. Oh nein! Oh mein Gott! Ey, ich kann den Schalter so offen halten. Warte. Geh hoch! Es geht nicht! Ah, jetzt! Also. Bäh! Bäh! Was tust du? Ich wollte dir helfen! Das brauche ich nicht. Ich brauche nur den Stein jetzt wieder. Und du dich da oben auf dem Schalter. Das muss ich kurz timen. Dann passt das. Ich wollte loyal sein! Das ist schon okay. Ja? WTF? WTF? W- W- Ist okay. Oh. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ness! WTF? Du verstehst das Problem nicht! Ja, ja! Na ja! Ich sehe auch nicht! Ja! Ja! Ähm. Okay, keine Ahnung. Achso! Was machst du das? Stopp doing that! Oh! 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 Ich runter! Oh! 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 Achso! Oh! Ah! Oh! 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 Ach! Ah! Oh, mein Gott! Hast du aus. rob gaan! Wenn du dann bereit bist, sag Schiss. Äh, ich dachte, du wartest die Oben. Mist, Mist. Nein! Oh! Nein! Oh mein Gott! Nein! Du musst auf deinen Rechten, damit du mir das freimachst. Erst mal warten. Du musst zuerst. Und jetzt drunter. Ah! Oh mein Gott, diese Levele! Oh ja! Uah! Nein! Nein! Uah! Äh, muss ich auf den Rechten? Ich... Ne? Ne, auf den... Auf den Linken. Okay. Okay. Ist wahrscheinlich auf den Rechten. Ah, okay. Oh! Oh! Was war das denn? Aber und alles ist eine neue Kartenzone. Das ist bloß. Oh, 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 oh! N-. Nein! 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 Ich sollte vielleicht dann... Ich muss ich... Ah! Wir könnten noch eins weiter schieben. Fast! Was macht der Supporter? Kann man nicht benutzen. Wo will er hin? Keine Ahnung. Schmeißt mich. Ach so, ja. Ah! Ich wurde gefurzt! Du kannst dann durch den Porto kommen, dann kriegst du auch das Wolkenau. Ah! Gott, dieses Level! Ich will einen A++ sehen! Ich glaube nicht! BAM! 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 So langsam waren wir doch gar nicht! Naja... Nicht für diesen Mist! Nichts hier oben. Schade. Ja! Bin ich voll und ganz deiner Meinung. Auf jeden Fall! Oh! Ja, du meine auch. Ich sehe schon. Ich verstehe. Nein! Oh mein Gott, das ist großartig! Nein! Ah! Aha! What the fuck? Ja, siehst du, hat's auch geschafft. Ja, jetzt häng ich hier! Ah, okay. Ja, okay. Äh, ach, geh mal da drauf! Oh! Gem, Gem, Gem! Gem, Gem! Äh... Vorder links! Geh runter! Boing! Ne, ich wollte eigentlich... Dome ist noch ein Gem! Entschuldigung nicht, okay. Ähm... Hä? Ja! So, perfekt! Perfekt! Dann gleich runterducken! Hm, irgendwie... Oder von dem Eisblock aus werfen! Geh mal auf den rechten Eisblock! So! Ah! 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 Du warst auf dem Eisblock, dann dachte ich... Nein, ich bin nochmal gerütt... What the fuck? Ah! 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 Halt... Halt... Na genau! Du hast halt ich dich eher werfen, weil du das besser kannst! Aha! Ach ne! Fölte Portfolio! falsche Taste! Wist du ich!? Keine Ahnung! Halt... 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 Halt, Halt... Muster dessen in die Richtung gedrückt halten und dann nix das ist die Linke er hat ja oder so wer weiß das Geräuschrechts runtergekommen naja es werden für dich da im Prinzip nun ja ich sollte vielleicht auch noch irgendwie das ist alles alles unter Kontrolle ja ja ist doch alles unter Kontrolle seh ich ist doch alles unter Kontrolle ich hab den Checkpoint aktiviert und ich? keine Ahnung du fällst da auch einfach runter und dann oh wir brauchen die Sau hier unten wahrscheinlich oh deswegen kann man hier auch wieder hochklettern kann die durch den Teleporter? ja ja die Frage ist nur wie kriegen wir sie oh oh du musst auf den Schalter stehen damit ich mit der Sau über die Brücke laufen kann oh oh Alice was damit ihr euch die Gründe zu hören hallo Spiel hallo 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 vielleicht muss ich nur mal stehen damit es geht ach okay ok ich spring dann mal mit der Sau über dich ja ja so jetzt kannst du kommen ach so ich muss wieder von der sau runter so jetzt vielleicht ja dann mache ich das mal da unten ja du musst auf den schalter ach so ist ja doof umgegeben jetzt vielleicht abgeschabt oder so so verhältst du bist wir haben es doch geschafft was vor auch immer nicht mehr fallen lassen was der behalten was den mussten dann drücken okay holt ihr dies auch genau ich gehe mal hier runter ja aktiviert das mal das direkt wird die rechten du musst da auch lang ja ok oder so schmeißen nee ich gehe mal auf den schalter es geht wirklich nicht ich dachte es müsste gehen okay dann warten mal das muss ja irgendwie damit funktionieren oder wir können uns ja nicht die sau holen es muss ja irgendwie damit funktionieren eigentlich schon weil es ist ja sind du noch mal rüber warte mal wenn er weiter ich gehe mal kurz vor dem schalter runter ja da kannst du nicht hoch genug aber hier funktioniert es was du bist da lang gekommen ich hatte immer auf den oberen stacheln aufgespüßt ok muss dann also du musst dann rechtzeitig die aktivieren ja dann hast du auch den doppelsprung noch übrig ja ich wusste nicht dass du schon reingehst ich wollte auch eigentlich gar nicht ich bin da so ich deaktiviere in drei zwei eins ja deswegen kann man also drei zwei eins eins jetzt naja wird es nicht so fast drei zwei eins du hast drei zwei eins steht das war zu früh drei zwei eins jetzt ja vielleicht immer wenn der dinger gerade aufhört geh rein ich fühle mich hoch ja auf jeden fall oh hi hi es ist ein järn 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 wutdafuck äh ja oh okay zack alles unter kontrolle perfekt oh das ist ja gemein du machst es gut mach es gut nach dem level muss ich dann auch erstmal aufhören aber dann haben wir auch schon eine passende zeit ja deswegen hä wieso bin ich hier oben gestartet ach ne ich bin du bist oben gestartet ja er ist ja perfekt siehst du ich habe es geschafft ja total da kommt da auch noch so ein timing mist oh gott mir ist klar dass wir da versagt haben natürlich das ist nicht unser well look at you go wenn unsere reporterparts kennt der weißt es schon aber wir kommen gut voran sehr gut okay ähm ja dann würde ich sagen war es das aber erstmal für diesen part von battleblock creator ähm ja wir bedanken uns fürs zuschauen hoffe ihr hattet wieder ein wenig spaß an diesem part über einen kommentar oder eine bewertung würden wir uns sehr freuen und werden wir uns auch das nächste mal wieder sehen wenn es wieder heißt let's play battleblock creator mit katan ciao leute tschüss 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 tschüss